da bult 3 ich habe nichts der 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 ein wenn er danach beckens das direkt neben deren ein kühler da und mit der Technik ist ein Tülo Kulümen ja nie wirklich 11 war man mit der Unterricht von diesen 545 ich kann ich versuch den einzubauen es ist ein Raidversuch es ist nicht es ist ein ein Kilo Haus direkt neben unserer Base haben wir einen Spaß? ja doch äh lassen wir an Kilo stop 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 was? der ist schon tot? und die haben doch heute angefangen die haben uns zuerst auf unseren Berg getötet bau den an Kilo einfach ein es gibt doch beim Reset kein Dino Viper oder? in die Frage äh sag einfach wenn ihr uns auf unseren Berg tötet welches Abkommen dann noch? ja 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 bei dem naja frag ich kann mir die Tres anti herumräumen aus dem der metal ist der metal oben ist der Metal Tor Ring fertig? steht der Metall Tor und ja oder? doch ja nein nein der Ring ist nicht fertig ja ausbauen Warum willst du heute noch Raim gehen, oder was? So viele Gates fehlen jetzt aber nicht mehr Ich hab den Ankylo eingebaut, einen 145er Also den haben wir safe, wenn keinen Dino-Wipe gibt Der spielt ja schön Im Alter Dann hat der Polak mir einfach den Kiel geklaut, ey Wann ist... Oh, okay Oh, gegen den wilden ganzen Schneeberg sprengen Regener kann stirb bleiben, das ist gleich Das wäre echt lustig, wenn man in Ark mit C4 für so kurze Zeit, es regnet sich dann, so kleine Löcher in die Umgebung springen Da wird es aber dann so viele Bug-Using geben Da würde irgendwer einfach in so'n Loch irgendwann seine Base reinbauen und ein riesengroßes Loch springt da seine Base reinbauen und dann ist man unter der Map Ja, man ist unter der Map Und dann schießt einfach tödst Aufkomme, hoch ins Dach und nehmen Platz Siehst du, Ente, irgendwie war das mit dem Tisch Gibt's schon Pole Platz Ich bin doch Ich bin doch Stopp, jetzt Sina wer fehlt Zwei Personen fehlen Lesers und... Molte ist unten Molte Ich hab noch den Chemistry Tabler angeworfen Also... Ähm... Garne Pause Was machen wir denn? Es ist Pause Essen gehen und... Wie lange? Äh... Ich hab' den Start nicht verpasst, aber... Ne Das ist eigentlich das, wo man essen geht Und nicht während der Session essen Safe World Ich glaub' ich sah's erst noch in Safe World Äh... Der... Jägerwille im Punkt Seh' ich grad... Durch die Wand Brauch' ich nämlich hier zu rennen Ey, das ist mir schon klar Das ist mein Thumbnail Man kann sich nicht mehr wegsetzen Hä, sitzt noch nicht mal impi? Achso... Geh' ihn kurz weg Ey, die haben heute nur ein Safe World gemacht Ja, ich wollte eigentlich aufstehen und ne Narko-Granate fressen Ich wollte eigentlich auch noch aufstehen, aber... Ah... Ich seh' jetzt gleich alle Türen in der Base of Ackman auch im Leben Maaaannn Brain Brain destripes Wie lang Ist Honig Ein perfekter Lagerung haltbar? Welcher Honig? Ne halbe Stunde Ich hab' dir Brain gefrott Perfekte Lagerung Honig? Einfach Bienehonig Ok Ja, bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit, MP jetzt für das? Was ich sage? Achtung? Ähm... Fünf Stunden Wow Richtig? Oh mein Gott Mach' es einfach weg, okay? Und jetzt bitte die Ente Mach' es einfach weg Ente weiß ich nicht Ente weiß ich nicht Oder die Community Die Community von meinen Videos soll das beantworten Was, du hast ne Community, MP? Guckst du nicht? Pfff... Doch... Inzwischen schon haben wir der erste Fanboy Entloved Ich weiß nicht, wann... 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 Wann kommst du wo ich joiner kann eigentlich auf dem Server? Wann steuern? Ich musste bei dem Video voll lachen, wo MP direkt Gulasch mäßig den Rex hinterher läuft und schreit Komm her, hast du schon Angst? Du kriegst die Spenden Das war alles nur um Molitor zu retten Ich weiß, aber das ist so... Äh? Du machst Psychospielchen mit Jen Indem du mit nem Raptor und nem Rex hinterher läufst Ja? Aber es funktioniert Ich musste dir da nicht retten Ich war mit hinten dran Dass der Typ so dumm ist und nicht einfach rückwärts geht und beißt MP Server restart, du weißt was das heißt Komm schnell Frosch und Wolf, komm Oh shit Ey, den Giga im Printen habt ihr schon? Ja, den Rex auch Na Dustin, wir sind bereit Hast du Kompo-Bogen gemacht? Hm, hab ich schon bei dir reingelegt Was macht ihr? Du musst aber n Schatz Ähm, bei uns muss einer mit Macht da komplettes Tauchset und nem der Frosch mit Wer... wer will? Jason Hopp? Ich und Dustin müssen doch schon was machen Nein Achso Wer ist frei? Ja, ich mach das Fächer machst du, Tiere weiter, ich print Rex Rex, also mit 15 Pfeilen und nem komplett kaputten Kommen Ja, wir müssen uns schnell machen Wir müssen uns schnell machen Ja, egal, 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 egal Ist mir egal Ist mir egal Was ist? Bei mir, bei mir, over Tor Hine raus Oben Tor Hine raus, Alter Ja, okay, guck 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 So, Gas gehen, wir müssen uns beeilen. Ja, der Frosch ist nicht zu schnell, rennt mir nicht weg. Komm, ich stehe den Boost-Rein berg runter. Stop, Gas, 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 wer zuerst attest. Äh, ihr wisst, dass ich nicht genau weiß, wo... Stargate. Stargate, wir treffen uns am Stargate und dann geht's weiter. Ich glaube, bist schon hier. Wenn ich hinter dir hergerannt bin, in welche Richtung muss ich dann von da aus? Den Weg zum Stargate habe ich nämlich noch nie genommen. Ähm, noch rechts. Ohne am Strand, dann rechts. Ist eine lange Welt. Fuck. Ah, warte, ich sehe es schon. Ich schwöre mal. Ich schwöre mal. Nee, nee, ich sehe aber, wo es ist. Und mit Frosch direkt am Wasser habe ich unendlich Stargate. Was? 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 Wig. Was? Was? Ich weiß nicht, kann nicht sein, oder? Ich weiß nicht, ob ich das guber. User joined your channel. So, wo seid ihr? Rennen nach Anweisung Richtung Star. Jo, ich komme auch. Ich musste mir nochmal ein Equipo und meins war kaputt. MPS schätze ich mal schon meins Tage. Joa. Ne, ich bin jetzt gleich aber auch noch. Bosch ist halt nicht so schnell. Der Frosch springt so weit, dass er während des Sprungs Stamina lädt. Nicht durch Star, Gekki. Wir haben gerade unsere anderen zwei Jungs angewendet. Die vor euch zwei hier waren. Ich bin jetzt da. Ja, Polo und so waren die ganze Zeit vor mir. Die haben schnellere Tiere. Nicht durchgehen. Ich bin auch gleich da. Ja genau, Polo und Land auf Aschloch Halle. Wenn wir gleich durchgehen. Der Frosch kann sich einfach entstanden. Weißt, ey. Elka, wie weit? Elka. 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 Und der DC? Näh. Ja. Näh. Näh. User in your channel timed out. 십y jukk, kommt er DC? Los, wir müssen zurückrennen, wenn da der Unimix irgendwo Leid zählt. Wer war'n das? Von uns irgendwer? Panic oder so? Der N austen des Klingons des Knives der Gospels des Knives. Man ¡Dialm! Das Klingons des Knives des Knives des Knives. Man ¡Dialm! Man ¡Dialm! Man ¡Dialm! Man ¡Dialm! Han Jagt, Dialm! Mensch Elka, mit so einem Lenovo. Mann, wie weit hine war der? Vor allem hat er geprägter Wohlfische, das ist, ah. Siehst du, ne? Jetzt sagen wir, du bist auch weg. Nein, nein, ich bin knapp hinterlegt. Alpha Raptor. Ich weiß nicht, wo er ist. Auch nicht, sind wir jetzt gleich schon da, wo es hoch geht? Ja zurück, dann muss er irgendwo safe leihen. Oh, zum Stargate wieder. Hm. Bist du noch bei mir? Ich bin weiter vorne. Ich komm zurück, ich probier der Alpha. Fuchze. Bist du da? Hm. Wasch ist halt nicht, äh, Alter. Er hittet mich halt nicht, ne? Das finde ich gerade so geil. Ich pack' ne, ich pack' ne. Okay, jetzt bin ich voll gespuckt vor. Was? User entered your channel. Fachmännische, ähm. Spitzhacke? Und eine blaue Armbrust. Hey. Schick. Schick, gell. Oh, jetzt hat mir irgendeiner mal Spitzhacke geklaut, mal, Aldi. Nehmen wir gerade hin. Hi, Ilka. Ich hab' nicht mal dran zum Stargate, ne? Ilka? Hm, immer noch eins. User in your channel timed out. Jo. Internet-Probleme sind da. Okay, dann gehen mir zwei. Hoffentlich werde er nicht gefunden. Du bist schon am Stargate, oder? Ich kann's nicht. Warum? Schreib mal, äh, in die WhatsApp-Gruppe, was mit ihm los ist. Wohne mal. Wohne wo er ungefähr liegt. Du bist ein Tier. Das Tier ist wichtig. Ich muss hier noch gerend kommen. Ja, ich bin jetzt auch noch ein paar Meter weg, aber ich schreib jetzt. User entered your channel. Egal. Jetzt? Hallo? Jo. Wo lieg's denn du? Alles gut, ich bin safe. Okay. Und sind Fliegen da? Wir sind noch nicht da. Wir warten auf dich. Boah, das find ich nicht, danke. Ich komme. Ich wollte halt wissen, äh, wo der halt hier ist, weil da einer ist ja, ne, mutiert. Ja, ich bin, mir müsste safe sein. Ich weiß nicht, warum mein Internet auf einmal weg war. So cool. Du bist am Stargate, ich sieh ich nicht. Ich hab zwischendurch in eine Gruppe geschrieben, von daher, ich bin unterwegs. Mhm. Gut, äh, Ilka kommt klar am Stargate, wir gehen schon mal durch. Okay. 10 Sekunden. Und du? 10 Sekunden, wie schon gesagt. Kannst du jetzt schon mal anwählen? Ist schon. Ein Jump. Nein. Ja, ich bin drauf. Guck mal. Ich bin irgendwie im Wasser. Ja, bleib einfach stehen. Das ist, das ist die Höhle. Ich kann, ich hab ein Pronto in diese Höhle. Wollte, wo bist du? Ups. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ah, im Wasser. Ah. Safe World? Uh, das kann echt tödlich sein für dich, Ilka, jetzt. Na, ich bin schon auf dem Server. Ah, sollt. Quapp. Destroy. Werkzeug. Stargate wird angewählt. Ilka, du? Nein. Molde, Rocket raus. Ich. Ich will jetzt direkt drauf an. Sag, wenn es aus ist. Ist wieder abgewählt. Machst du das? Ne, ne. Ist von alleine ausgegangen. Ilka, wählst du an? Ich will jetzt gleich an. Jetzt gleich? Ja, wählt jetzt jemand an? Das bin ich nicht. Ja. Das bin ich nicht. Ist durch. Ist einer durch. Schieß. Ich hab Bronto. Ich hab Bronto. Siehst du den Bronto an? Taschen? Hat eine. Ja, hat eine. Was ist es? Kano. Nochmal, hopp. Wo ist er? Sag, wenn es da geht aus, SMP. Wo ist er? Wasser, glaube ich. Da geht aus? Nein. Molde, wo ist er? Guck selber grad. Da ohne. Ja. Ich komme. Ja, ich bin voll PvP equipped. Ich komme und hau den kurz weg. Oh yeah. Molde, warum bist du da ohne zu Fuß? Ähm. Ungewalt. So, ich komme. Bin durch. Wir haben mal ein Bronto. So, ich kann den sehen. Ich bin. Ich sehe doch grad alles weiß. Der läuft da. Der läuft. Ähm. Impi, der läuft auf dich zu. Rakete, Impi. Hast du keine? Ich kämpfe so. Oh, ich stug. Toll. Stugge hier in Co. Ilka. Sag bereit. Wenn du bereit bist zum Schießen, springe ich weg. Ja, warte. Ich stugge immer noch und sag. Warte, warte, warte. Bitte noch nicht. Bin bereit, Impi. Bin bereit. Mann, ich habe keinen Ton an. Ähm Ilka, kannst du gleich mal kurz hier den Sarko töten? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Warte, ist schon. Ilka, kannst du mal hier den Sarko töten? Ich kann nicht. Tierlebe, lass es. Lass es Tierlebe. Kann mal einer mir den Sarko hier wegwürden. Ich sage. Wir lassen es Tierlebe. Impi. Warte. Warte. Äh, wo wollte ich kommen? Ah, bin raus. Sorry, ich habe den Spieler gerade gefällt. So, dann komm mal. Habt ihr gelootet? Ja, ja, habe ich. Shocking Darts, nur ein Stück. Was? Was war denn mit dem Impi? Hatte der... Ein Leck oder so? Er hat mit Mark schon zu sprechen. Und das ist für mich dann okay. Der will nicht kämpfen. Achso, okay. Seid ihr Richtung Höhle raus, oder wo? Der Kanu sollte weg. Okay. Wohl. Äh, wir sind ja. Du musst rechts. Lass es, lass es. Schwimm mir in oben, heute. Ja, ja. Im Wasser bin ich schneller, Leute. Ja. Ja. Aber der war schon korrekt, der Typ. Der war schon nett. Ja, auf dem Regwerk machen wir es dann kaputt, wenn er es halt will. Äh, wenn es jetzt tot ist, waren es wir nicht. Also vom Chat her ist es gerade gestoppt, aber wir waren es nicht. Ja, da war ein Krokodil oder eine Haie oder so. Ja. Vielleicht das Krokodil. Ja. 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 Ja, bin da. Gut. Ähm. Ja, genau. Komplett AC. Der Kamer macht langsam. Jo, ich geh nur mal rein, gucken ob. Warte mal. Hier ist eine Fliege tot. Ich glaub, jemand ist in der Höhle. Alles ist tot hier. Bleib mal im Vorstand. Hier ist einer, ja, ja. Lass die Tiere hinten. Hier ist einer, Impy, alles tot. Nicht, nicht, nicht. Ich such den noch. Ja, einer bleibt hier stehen. Molton, bleibst du hier, okay? Ja. Du bleibst hier, der muss hier rauskommen. Ich geh links lang, Impy, du rechts. Wo leben die Tiere? Bei mir leben die Tiere. Ja, ich geh mal durch. Soll ich dann bei Impy hinterher gehen und abhaben? Nein, nein, nein. Hast du einen Rocket Launcher? Ja. Okay. Halt dich bereit. Mir sahen es an, wenn wir an der Ingang kommen. Ja. Alles, was nicht AXA ist, abdrücken. Ja. Bleib schussbereit. Weil es muss ja alles respawn sein. Ja, der ganze Gang ist leer. Oh, ist einer mit Frosch! Hab den. Hab ihn tot, King Kanji? Oh, Kingan. Du bist mit Frosch. Ja, bitte den Frosch. Ja, bitte den Frosch. Der kommt zum Ingang. Okay. 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 Ich loote, ich loote. Der ist bei mir, der Loot. Wir müssen schnell hier raus. Die werden uns abfallen hier. Ich wusste nicht, Alter. Ich wusste nicht, Alter. Ich bin dabei. Hier ist CP. Äh, 17 Raketen. Was mit dem los? Warte, warte, warte. Malte, ich komm. Wie viel CP? Wie viel CP? Wie viel CP? 1.300 Uhr. Äh, okay. Ich bin Domhalter. Ja. Raus. Raus. Okay, ich bin rausgeglitscht. Das Raus klitschen müssten wir uns eigentlich merken, wo das passiert. Oh, der hatte fast 20 Raketen. Wartet mal auf mich, ich bin noch nicht ganz raus. Wir sind rausgeglitscht. Wir sind oben drauf. Ja, ich finde den Weg gerade nicht. Muss erst mal. So, hier lang, hier lang, hier lang und hier raus. Tot der Anfang. Das war's. halves Wir waren auf uns. Wir sind bị dritt für你的. Diessiert der�